hallo liebe trompetenfreunde mein name ist peter und ich habe den 16 wochen kurs von kurt thompson upper register and endurance hinter mir der kurs zieht ab auf höhe und ausdauer und ich kann sagen ich konnte vor dem kurs circa knapp bis zum d3 spielen und konnte nun meine höhe erweitern auf f3 ich hätte ich nicht gedacht ich bin sehr glücklich darüber und kann den kurs wärmstens empfehlen man bekommt sehr gute übungen und hat über die 16 wochen einen coach der ihn auch bei der stange hält hochspielen trotz alledem passiert nicht von alleine ist sehr anstrengend und verdammt hart vielen dank gehört so 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 so